So, Hallöchen Leute, willkommen zurück hier zu Pokémon Sian. Da ist voll mein Mauszeuge im Bild. Nice! Ähm, in der letzten Folge haben wir uns hier in die Sierra Wüste begeben, wo... Äh, seltsame Pokémon auf uns warten? Doch, dich kennen wir ja schon. Prinzipiell seid ihr trotzdem seltsame Pokémon. Ähm, und oh, ich glaub, die Katze hat Hunger. Egal, wir schlagen uns hier ein bisschen weiter vorwärts durch die Wüste in der Hoffnung, bald auf eine Stadt zu treffen, weil meine Pokémon sind ziemlich erschöpft. Äh, das Wetter ist heiß. Aber meine Pokémon können mich abkühlen. Du hast bestimmt Wasser-Pokémon, du Matrose, deswegen hab ich auch Leafy vorne. Das ist taktisch sehr klug von mir. Ein... Oh, es kann sein, dass, äh, die Bildeinstellungen vom Visual Boy Advance nicht richtig stimmen. Also, wenn es irgendwie... Es sieht ein bisschen anders aus, gell, diese Folge. Ah. Ah, wie blöd. Ah, das muss ich gleich nach dem Kampf mal umstellen. Das stelle ich gleich um, keine Angst. Ihr habt ja gar nicht den ganzen Bildschirm drauf. Ihr seid ja... Ihr habt ja unten grad abgeschnitten, das untere Ende oder so. Das ist ja richtig. Es tut mir leid, ich behebe das gleich. So, aber erstmal müssen wir hier Seemon besiegen und kriegen dafür einige Erfahrungspunkte. Und ein Muschers. Gutes Muschers. Tja, ja, gut. Ist halt... Ein nicht ganz so gutes Wasser-Pokémon. Brauchen wir nicht weiter drauf einzugehen. So, Moment. Ein Rasierblatt müsste eigentlich reichen. Hoffe ich. Ja, wunderbar. Wunderbar. Spencer. Jetzt habe ich dich besiegt, Spencer. Was sagst du jetzt, Spencer? Spencer ist auch ein cooler Name. Ich mag den Namen. So, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt müsste es passen. Du siehst nicht aus wie ein Trainer. Ach doch, du bist ein Trainer. Lol. Da ist nicht viel Wasser in der Wüste, aber ich will fischen gehen. Dann geh nicht in eine verdammte Wüste. Was ist eigentlich falsch bei den ganzen Trainern hier? Meine Fresse. Und dann kommt der Gerathos. Alles klar? Alles klar, Junge. Immerhin wird das ein Level-Up für Leafy. Das ist erfreulich. Können wir mal bitte darüber reden, dass es gerade gefühlte 40 Grad draußen hat und ich immer noch in einer scheiß Dachwohnung wohne und ich hier gerade voll den Hitzestau kriege? Leute, das ist so brutal. Deswegen, äh... Es tut mir leid, dass gestern keine Folge Sian kam. Ich will Sian ja eigentlich täglich bringen und den Rest so ab und zu. Aber es ging einfach nicht. Ich habe vorgestern nachts noch mit dem Marcel zusammen das Overwatch aufgenommen gehabt. Oh, Critical Hit, wunderschön. Ich habe mir den Marcel dann noch das Overwatch-Ranked angeguckt, was übrigens ein ziemlich gutes Spiel ist. Also die Runde, die wir aufgenommen haben, ist eine ziemlich gute Runde. Ähm... Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist empfehlenswert. Deswegen war ich froh, dass ich gestern noch was zum Aufnehmen hatte. Äh, zum Hochladen aufgenommen habe ich. Ich gehe außen rum. Ich will jetzt so wenig kämpfen wie möglich. Weil meine Pokémon doch ziemlich hart angeschlagen sind. Außerdem können wir an den Trainern dann später noch trainieren. Das ist auch okay. So, flüchten. Obwohl die ein ziemlich hohes Level haben. Komm, hier muss doch irgendwo eine Stadt kommen. Du... Guckt euch das an, es ist so traurig. Ah, es ist so traurig. Pass auf die Kakteen auf. Okay. Weil sonst hauen sie ab, oder was? Ach, gibt's hier, äh... Das wäre cool, wenn sie jetzt die Kakteen-Pokémon, was gibt's denn? Ähm... Ähm... Marakam... Wie heißt das Vieh? Marakambaya... Marakam... Kambam... Kambodscha... Warum kämpfe ich mit Leafy gegen einen Flug-Pokémon? Das ist das Dümmste, was ich tun kann. Ähm... Wie heißt das Vieh? Marakayamba... Mar... Ihr wisst, welches ich meine. Das ist aus der fünften Generation. Auf Kelpo ist es halt auch sehr effektiv. Das ist Ribbing. Leute, wir könnten potenziell ein riesiges Problem haben. Ah, ich hab noch mehr Leber, glaub ich. Weil jetzt wird es grad echt hart. Wo hab ich denn Revive? Da, zwei Stück. Kriegt Waffles ein. Der hat ja Eiszahn. Eiszahn... Ähm... Ich hoffe, dass es so klappt, wie es klappen soll. Rip Kelpo, by the way. Los, Waffles. Ich glaub an dich. In Waffles, we trust. Und erstmal schön den Sandsturm in die Fresse. Jawoll. Äh, ich heil's mal lieber. Sicher ist sicher. Ähm... Äh, wo ist denn ein Hypertrank? Ich und Ordnung im Inventar. Das ist immer so ne Sache. Da, Hypertrank. Müssen wir auch neue kaufen gehen. Ah, macht ihr uns grad... Na, das macht auch Schaden. Ah, das ist unschön. Hm. Ups. Äh, Eiszahn. Komm schon. Waffles, ich glaub an dich. Go Waffles. Go Waffles, sehr gut. Wundervoll. Äh, danach kann ich aber nicht noch einen Trainer besiegen. Was ist? Arjen. Ach, äh... Flapterix. Oder wie das Vieh heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber hoffentlich macht er... Ah, Critical Hit. Wunderschön. Waffles, ich weiß, warum ich dich ins Team getan hab. Du machst mich stolz. Und ein Schwalboss. Ne, Schwalbini. Hatte Schwalbini nicht vorher einen anderen Sprite? Aber wenn, jetzt bin ich verwirrt. Schwalbini hatte doch die ganze Zeit einen anderen Sprite. Da bin ich mir sicher. Oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Also wahrscheinlich bin ich einfach nur blöd. Aber ich hätte schwören können, Schwalbini hat einen anderen Sprite. Was bist du für ein Arschloch-Trainer? Geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Halleluja! Preise den Herrn! Es ist tatsächlich eine Stadt in der Nähe. Siena Town. Porygon. Endlich! Es war... Anstrengend, hierher zu kommen. Moment, ich hab immer noch Porygon im Team. Ich sollte Porygon aus dem Team tun. Das ist, glaub ich, ne ganz gute Idee. Ähm... Move-Pokémon. Ich werd Raupe wieder ins Team tun. Einfach um ein Feuer-Pokémon drin zu haben. Und dann können wir ja noch... Ähm... Move-Items. Weil Bar hat ja den EP-Teiler. Und den kann ich ja mal... Raupe geben. Also... In Fietl. Weil das ist... Ich dachte, das ist ein cooler Spitzname. Aber es war kein cooler Spitzname. Ah, was gibt's denn hier? Schauen wir uns erstmal ein bisschen in die Stadt um. Es gibt eine Arena. Das ist die einzige Wasserquelle in der Wüste. Hä, ich bin ein... Ich bin ein Mann. Ich hab nur... Ich bin nicht in den Schimpf hochgekommen. Aber weil es so wichtig ist, wurde eine Stadt rumgebaut. Du bist ein Kaktus. Wir sollten auf euch aufpassen. Auf euch Kaktussis. Kakteen natürlich. Adam ist so stark. Wenn du besiegt hast, zeig mir seinen Orden. Ich will ihn sehen. Okay. Die Häuser sehen ja mal cool aus. Die Häuser sehen echt cool aus. Oh, schwitze ich hier. Ich wusste, es war eine schlechte Idee, durch die Wüste zu reisen. Ja, in der Wüste ist kalt. Der Meter direkt so warm, ne? Es ist so erfrischend, einfach nur bei dem Wasser zu sein. Das ist halt unsere eigene kleine Oase. Ich hab in Sianatown gelebt, seit ich geboren bin. Damals hatten wir keine Arena oder ein Pokémon Center oder generell irgendwas. Guck mal da. Da ist nix versteckt. Okay. Hat die Stadt überhaupt irgendwas? Also das ist ein Haus, dessen Tür keine Öffnungsanimation hat. Okay. Okay, du schenkst uns einfach eine TM. Sandsturm. Okay. Nice. Ich geh davon aus, dass der Arenaleiter ein Boden-Arena-Leiter ist. Oder der Attacken-Verlerner. Ne, dich brauch ich nicht. Dankeschön. Ähm. Da geht's weiter. Also gibt's hier wirklich... Die Stadt hat tatsächlich zwei Häuser. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur faules Mapping ist. Oder ob's damit zu tun hat, dass es halt mitten in der Wüste ist. Ähm. Ich kauf mal ein paar Supertränke. Und... Beleber. Und... Hyperbälle. Und die Katze meiner Freundin hat sich grad voll den Kopf von meinem Schreibtisch angeschlagen. Das ist... Ich bin nicht schadenfroh oder so, aber das find ich echt lustig. Dann haben wir ja quasi keine Wahl, als in die Arena zu gehen oder uns da links etwas umzuschauen, weil wir ja sowieso zwangsläufig wieder total unterlevelt sein werden. Ach, du bist sogar ein Trainer. Okay. Ich hör mich auf, bevor ich durch die Hülle gehe. Möchtest du mitmachen? Okay. Dann wärme ich mich jetzt wohl auch auf, mehr oder weniger freiwillig. Pummelhof. Yay. Pummelhof ist cool. Ich mag Pummelhof. Ich sollte mal ein anderes Pokémon als Leafy an der ersten Stelle stehen haben. Weil das wird dann sehr stark und der Rest wird halt wieder sehr schwach und... Das war ein Rasierblatt, das sich gewaschen hat. Fleckmon. Können wir ja mal... Pvogel einsetzen. Los, Pvogel. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich wär's taktisch am klügesten gewesen, gegen Fleckmon, ähm... Leafy draußen zu lassen. Ähm... Ja, gut, aber... Pvogel wird es auch schaffen. Ich glaub an dich, Pvogel. Pvogel! Ich find es immer noch einen sehr schönen Namen. Und nochmal, Amnesty. Saiti nur die Spezialverteidigung, oder? Und den Spezialangriff oder so? Ne, nur die Spezialverteidigung. Und da wir physisch angreifen. Denn es ist uns scheißegal. Geh weg, Fleckmon. Was kannst du eigentlich? Ich bin aufgewärmt. Du bist... Äh... Ja. Oh, Team Rocket. Du bist der, den wir treffen sollten. Du bist hier für den Angriff, ja? Wir bereiten uns immer noch darauf vor. Äh... Wir haben nur einen Versuch, Regirock zu fangen. Also... Muss Giovanni erst sicherstellen, dass alles... ...ohne Fehler abläuft. Äh... Du wirst doch etwas warten müssen. Vielleicht kannst du den Arena-Leiter herausfordern, oder so. Deine Pokémon müssen am stärksten sein. Aber wenn sie den Arena-Leiter herausgefordert haben, dann sind sie doch geschwächt. Wo ist da der Sinn? Ja! Error 404. Logic not found. Dann können wir ja mal... ...auf jeden Fall noch einen Trainer in der Arena bekämpfen. Das sollten wir noch hinkriegen in der Folge. Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Wie die einfach... Oh, nö. Oh, nö. Ähm... Wenn er Gesteins-Pokémon hat, ist Leafy eine gute Wahl. Wenn er Boden-Pokémon hat, müsste Rocky eine ganz gute Wahl sein. Oder Kelpo. Kelpo müsste gegen Gestein auch hart zerstören. Er hat Boden-Pokémon. Okay. Sehr gut. Und damit sollten wir mehr oder weniger klarkommen. Ähm... Oh, ich will, dass Rocky Erdbeben mal lernt. Das wär cool. Das war gar nicht so viel Aua. Schaden. Und das wird mir... Oh, ne, doch nicht. Okay, ähm... Was du kannst, kann ich auch. Ah, Mist, Zandern ist ja kein Gesteins-Pokémon, oder? Nee, Zandern ist kein... Geh mir... Bitte weg mit Schwertanz! Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht etwas öfter trifft, aber es trifft wohl nur zweimal. Jetzt wird's wehtun mit dem erhöhten Angriff. Autsch! Äh, ich setz mal Schaufler ein, weil Schaufler ist, glaube ich, stärker als eine schlechte Intensität. Und mit schlechten Intensitäten meine ich so sieben oder so. Weil Rocky kriegt da eh nichts Besseres hin! Och, komm. Natürlich geht die Attacke da leben! Rocky, please, dafür hast du es verderbt... Ver-verderbt, verdient, besiegt zu werden. So. Punkt. Los, Kelpo, zeig, wie man das macht. Zeig Rocky mal, wie man kämpft. Also Rocky ist halt echt... nicht stark. Ich weiß auch nicht, wenn's so weitergeht, werden wir Rocky nicht lange im Team haben. Ach, lass ich jetzt halt Kelpo kämpfen. Warum hab ich eigentlich Ding Waffles nicht den... äh, EP-Teiler gegeben? Weil Waffles braucht noch ein Level, bis es sich entwickelt. Und ich will die Weiterentwicklung sehen. Also wenn ich's richtig im Kopf hab, hat's noch ein Level, bis es sich entwickelt. Und das ist cool. Weil Waffles cool ist. Und seine Weiterentwicklung wird auch cool sein. Und Kelpo krabhammert sich hier grad durch, wie... Keine Ahnung. Ich mein, kriegt Raupe-Level-Ups. Und ein Sandama. Wenn wir Glück haben, reicht das sogar auch, der Ding. Der Krabhammer! Uh, da werden wir zuerst angegriffen. Und Krabhammer geht daneben, aber Sandsturm läuft aus. Geh mir bitte weg mit Schwer-Tanz. Schwer-Tanz ist eine Arschloch-Attacke. Komm schon! Yes! Critical Hit, wunderbar. Sehr schön. So werden dich besiegt, Perry! Sieht so aus, als ob du könntest. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, es soll's erstmal gewesen sein mit Pokémon Sian. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!